Heyo und Willkommen zum Remake von Final Fantasy 7. Ich hoffe ihr habt Spaß dabei und dann geht's auch schon los. Ok, kein Chocobo an sich. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Aha, aha, aha. Ok. Na ja. So, ähm. Da sitzt es. Ja, mein Kleiner. Nicht so aufgeregt, mein Kleiner. Ah ja. Bitte was? Da sind aber andere. Mhm. Ok. Krass. Tolle Schock. Uh. Den hier Schock hält aber jetzt nicht ganz so krass an. Stück für Stück. Ich bin vielleicht gerade eingeschlafen. Okay. Ähm. Wow. Das ist ein bisschen hart. Ähm. Mach mal Buggy. Das ist ähm. Ein bisschen übertrieben. Sie haben echt krass Leben. Moment, ich muss mir nochmal angucken, was gegen die hilft. Nur kein Über. Ja, ja. Äh. Stark Resistenz gegen Magie und Dings. Dings. Sie wesen klonen sich selbst, wenn sie beim Tanzen eingeschüchtert werden. Greife zuerst die Klone an, um TP des Originals effektiv zu senken. Ich verstehe. Ich verstehe. Ähm. Welcher ist denn das Original? Und welche sind denn die Klone? Höre? Mir wird ein bisschen geschockt. Verbrücher. Danke. Oh, okay. Ja, hauen wir den mal ran. Okay, ich würde dann jetzt mal davon ausgehen, dass es halt quasi von jedem zu jedem leichter wird. Kommt, einfach draufhauen. Au. Au. Ähm, du machst nochmal... Rasta. Aha. Du machst nochmal den. Und du machst mal den. Aha, Tifa. Möchtest du vielleicht, ähm... Jaaaa. Au. Au. Der kann mich auch festhalten. Ist ja fress. Die sind echt mies. Das subdivis ist, es zieht halt einfach nur den Kampf hinaus. Mehr nicht. Ähm. Das mit dem Schock ist echt heftig. Dass der Schock direkt wieder leer ist. Komm hier, du dachst nochmal. Aha. So mein kleines Süßes. Aha. Oh. Mhm. Lass dir schmecken. Slum Sektor 6. Immer grün parkt. Wallmarkt. Erschließungsgebiet. Eingestopfte Schnellstraße. Nur Einstieg. So. Das waren alle, oder? Japp. Denke schon. Fragen wir Sam. Ne, ich will noch nicht zurückkehren zu Sam. Wo geht's hier weiter eigentlich? Was ist mit dem Gebiet? Ja gut, eigentlich könnte ich auch direkt zu Sam. Das ist hier immer grün park. Alles klar. Erschließungsgebiet. Äh, okay. Äh, 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 äh. Ja. Ich weiß halt nicht, was Erschließungsgebiet ist. Rohrleitung. Rohrleitung. Großeinsturzbereich. Maschinenfriedhof. Aha. Ich muss mir mal einen Eindruck verleihen. Hui. Räubernest. Äh, ausweg aus Erdplatte. Doppelgreifarm. Aha. Hallo, Jungs. Ja, spielt doch keine Rolle. Ja, ihr seid mir eigentlich egal. Guck mal, wer hier ist. Diesmal ziehen wir euch aber ab. Ich verzweifle, dass ihr mich abzieht. Au. Ähm. Au. Das war eine Falle. Nicht gut. Gut. Das ist frech. Sieh nicht schwach. Jetzt oder nie. Nice. Äh, ja, okay. Okay, 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 okay. Hoch da. Bin mir halt nicht sicher, wo ich gerade langlauche. Okay, das ist Rohrleitung. Groß-Einsturz-Bereich. Eingestürzte Schnellstraße, Maschinenbau, aha, aha, aha. Ja, ich gewinne immer schön. So, laufen, laufen, laufen. Aha, aha, aha. Okay. Jetzt komme ich am Spielplatz raus. Okay. Hallo. Aha. Ja, bestimmt. Das habe ich aus den Trümmern geborgen. Sieht noch brauchbar aus. Du hast ja eh nichts Neues, ne. Ciao. Viel Glück. Mhm. Und da geht's runter. Okay, war das dann nicht sogar der Weg... Ja? ...wo wir, ähm, ähm... ...zum Untergrund kamen? Zur Untergrund-Base? Oh! Hier ist noch ein Dude. Äh, die Sorgen hören nicht auf. Oh, Barrett! Warmer, alles okay? Schön wär's. Die Bürgerwehr soll sich um die Verletzten kümmern. Das würden wir ja auch. Aber uns hält ein riesiges Problem von der Arbeit ab. Das waren nämlich nicht nur Gerüchte. Es gibt dieses unterirdische Labor wirklich. ...und schreckliche Kreaturen brechen aus ihm aus. Okay. Du kennst dich mit solchen Angelegenheiten aus. Mhm. Jemand muss in dieses Labor eindringen und die Bedrohung ausschalten. Ein gefährliches Unterfangen. Für euch schon, für mich nicht. Wir können also auf dich zählen? Danke. Ah ja. Genau, dachte ich's mir doch. Okay, gibt's auch tatsächlich einen Auftrag für... Das ist ganz nice. Jetzt hab ich auch alle Aufträge am Laufen. Für die Mediziner muss ich auch darunter. Damit krieg ich die beiden abgeschlossen. Kronio wählen. Da muss ich tatsächlich nochmal in die Kanalisation. Muss ich gucken, wie ich da ankomme. Wie da der Weg war. Rache der Schergen ist ein einfacher Weg. Und Chocopo muss ich nur noch abgeben. Und dann ist das schon durch. Nice. Mir fehlen aber immer noch zwei Schallplatten. Hm. Aber wir parken uns natürlich nochmal kurz auf die Parkbank. Sehr gut. Und dann runter da. Ja, bitte. Für manche Aufträge und Schätze musst du in Keller und tiefe Stockwerke hinabsteigen. Wenn du wieder an der Overfläche zurück willst, halte einfach L1 gedrückt, um jederzeit wieder aufzusteigen. Okay. 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 Nicht schlecht als Rückweg. Muss ich mal so sagen. Spart viele Wege. Kann ich bestimmt dann für die Kanalisation auch nutzen. Das wäre ganz gut. Hi. Okay. Gestern Abend sind einige Straßen eingebrochen. An ein paar Stellen soll kein Durchkommen mehr sein. Okay. Lass mich hier mal kurz gucken. Was ist hier? Zugangsbeschränkter Bereich. Okay. Und was war denn hier? Achso. Ist eingestürzt. Ja, wo geht's wohl lang? Parkbank. Ähm. Ja. Okay. Das ist eingestürzt. Hier haben wir noch eine Parkbank. Aber wir haben uns ja gerade geheilt. Und hier sind wir wieder hier. Ach, aus der Ferne hörst du ein lautes Gebrüll. Aha. Will ich die mitnehmen? Muss ich da hin? Da führt eins nur zum anderen. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Dort geht's auf jeden Fall nicht weiter. Die könnte ich mir... Die spare ich mir einfach mal. Hier war ich ja auch überall. Da komme ich... Achso. Na gut, dann sprach ich mir die nicht mehr. Au. Au. Wilder Wackung. Na komm. Gute Nacht, Wofy. So, dann hier hoch. Oh. Oh. Nachschlag. Oh. Guck mal da Immer feste drauf So was geht jetzt bei dir Mach du mal Den da Und du mal Den da Stand zwar auf dem Kopf Aber war noch nicht so richtig tot Sehr schön Das ist noch nicht vorbei Nope So Aha Hier wieder durch Lautes Gebrill Tief unter mir Schauen wir nach Tief unter mir Jetzt näher als zuvor Alles geben Au 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 Wir kommen da mal zur Hilfe Na Ist das Teamwork Oder was Glaubst du Ja klar 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 Bin ich hier richtig Na Hallo Da ist vielleicht offen Von hinter der Tür Erklingt ein Gebrill Jawohl Du mieses 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 Vieh Nee Ich hätte gern mehr Aber nicht gewusst Okay Resistenzen Gegen Was ist das Stopp Stopp Und Immun Gegen Schlaf Ansonsten Alles recht Standard Klingt ganz gut Klingt ganz gut Ähm Äh Kifa Magst du? Oberkörper Körn 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 Na komm, die Hörner kriegt man auch noch weg. Au. Ja. Das. Das. Und das. Wirkungslos. Ähm. Au 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 Au.... Ich brauche sowas wie n' Heilung... Endliche Musik Ja, das hilft alles nur bedingt Magischer Ring Uh-huh Um Ja Okay, okay, okay P geschlagen P geschlagen Ähm, Magie Gibt mal ihr was P geschlagen Jawohl Nein Ähm, Klauen Ähm, Klauen Auf Komm, komm, komm B geschlagen Was geht jetzt ab? Okay, besiegt So, erledigt Ich hab den Magiering nicht gekriegt Schlimm ist das jetzt nicht Baffe wär schlimmer, aber Alter, wie der hier die Wände kaputt gemacht hat Wow So, gibt's hier noch irgendwas Kistentechnisch oder so? Ne, hier stehen noch ein paar Paletten rum Ja, okay Ja, okay